Ein wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Einige von Ihnen kennen mich ja schon. Mein Name ist Marc, Marc Magic. Wasser reinschütteln, muss man das Wasser auch später wieder ausschütten können. Das machen wir natürlich auch, meine Damen und Herren. Und ich würde sagen, der Respekt hat den besten Sternen. Vielen Dank. Mit diesem Rote-Tuch nehmen wir jetzt einen kleinen Anruf. Ich tue das Rote-Tuch jetzt hier in die linke Hand rein. Und die, die jetzt nüchtern sind, werden natürlich so groß sehen, dann bitte schon in der Eisenbahn, und wie die so vom Team werden können, wie wir hier nicht so an der ersten Woche, ne? Danke sehr. Gut, auf den Pass. Zu Herst weg ist sie schon. Weis See You Manchen, da muss ich auf den Pass. Ich tue ich schon hier. Ich tue ich schon hier. Untertitelung. BR 2018 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 Ich möchte zunächst einmal den Schirmherrn und den Sponsor des Projektes auf die Bühne bitten, der Ihnen einen viel besseren Einblick in den Wettbewerb und das ganze Thema vermitteln kann. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit mir den Personalvorstand der RWE AG, Herrn Alwin Wittig. Untertitelung. BR 2018